Miau und herzlich willkommen zurück, wir... Okay, was ist jetzt gerade los? Das war Spränden. So, jetzt müssen wir gucken, was war... Genau, das war's. Und Spur! Tag des Krieges. Okay. So, Schatten. Damit müssen wir lernen zu leben. Soll ich da so sitzen? Naja. Greenscreen, was soll's? Weiß ich nicht. Vielleicht können wir wieder zurück, ne? Ja, müsste funktionieren. Aber wir wollen... Wir wollen... Wir wollen das... Jetzt endlich lösen. Ähm... Okay, lösen. Ich wollte gucken, ob ich auf dieses Dingens springen kann, um dann auf den Laternen zu... Aha! Hier, ich seh... Hier, ich seh... Oh! Ah, okay, 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 wir haben... Falsche Reihenfolge, falsche Reihenfolge. Das war einfach nur... Falsche Reihenfolge. Eins, zwei, drei... Ah, da sind sogar Sterne, die eben darauf hinweisen, wie es richtig rum ist. Ich bin halt super Lust. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin halt super Lust. So. Spur. Huh! Aha! Interessant. Interessant. Okay. Gut, wir werden geführt. Wir werden geführt, so gut es halt geht. Aber wie geht es hier jetzt weiter? Ah! Ja! Okay. Müssen wir nochmal alles anwenden. Was wir bisher gebraucht haben. Ach so. Aber es geht. Gut, guck mal, machbar, machbar. Oh. Komm. Lieben wir. Ich weiß. Äh, roten. Ja? Und los. Ach, schön. So, jetzt ist natürlich... Okay, jetzt natürlich die Frage, die ich mir stelle, soll ich jetzt hier durchgehen? Da, da. Wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt genau so. Okay. Ähm, äh, 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 Scam. Wir sind auf ein Scam hineingefallen. So rum ergibt das auch mehr Sinn. Äh? Äh? Äh, äh, äh. Nee. Nö. Ich dachte, wir können jetzt da drauf und dann von da... Ja, hätte auch keinen Sinn ergeben. Ist in Ordnung. Äh, 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 äh. Ah, ach, ich muss die nacheinander anlängeln, oder was? Hä? Und jetzt? da rumspringen? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Okay. Ich weiß ja nichts mehr. So. 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 Mist. Mist. Ah, okay. Okay. Sport nicht. Aber wir haben es geschafft. Hat ja nur kurz gedauert. Immerhin. Oh. Hier oben hoch? Ja. Da gibt es bestimmt auch wieder einen Sternehinweis. So. Aha. Mist. Aha. Mist. Nein. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg! Kilka, chil-chille, chil-chille, ganz gut, ganz gut. Die machen wir ja meistens ein. So, sehr schön. Yeah. Sehr schön. So. Okay. Und jetzt hast du noch die richtige Einfolge dieser... Ah, okay. Zwei, drei, vier. Ach, es war direkt richtig, oder was? Oh, okay. Äh, okay. Es war anscheinend direkt richtig. Darüber komme ich nicht. Ah, von hier, okay. Okay. Können wir uns ja wieder tragen lassen. Juhu! Ach, ich wünschte, das würde im echten Leben gehen. Mich schön irgendwo hintragen lassen. So an Tagen, wo man fix und alle ist. Irgendwas machen muss. Nein! Ja! Ich... Äh, aber was bringen die jetzt? So, und dann... ...die letzte... ...verstehe ich nicht. Also, ich verstehe das Rätsel nicht. Wenn wir da oben sind, kommen wir von da noch irgendwo anders hin. Und dann hält sie sich nicht fest. Ja, B-Objekt freigeben. Vielleicht hält sie sich nur fest, wenn man auch ein Objekt freigegeben hat. Äh, jetzt wuchsen wir jetzt komisch. Hä? Aber hier ist sonst nichts. Ja! Ja, keine Ahnung. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall durch. Ist da hinten noch irgendwas? Nö. Ist auch irgendwie eine unsichtbare Wand. Nun gut. Da mal los. Da sehe ich schon was leuchten. Lieber ein bisschen höher werfen. Das hat trotzdem nicht geklappt. Nun gut. Dann hat es nicht so im Sein. Wir sollen wahrscheinlich erst, wenn wir unten sind.